Themen folgen ganz speziellen, ja, in Anführungszeichen Regeln, die da stark vereinfacht lauten, in dem Moment, in dem Maß, wie sich in einer Person etwas verändert, verändert sich in der ganzen Familienkonstellation etwas. Und von da ist zum Beispiel der Ansatz völlig falsch, völlig fatal, wenn zum Beispiel das Kind oder der Jugendliche unsicher ist, ja, dass man dann das Kind oder den Jugendlichen in ein Selbstbewusstseinstraining steckt. Und ich hole jetzt ein bisschen weiter aus und das, was ich jetzt sage, ist vielleicht beim ersten Anhören nicht sofort nachvollziehbar, vielleicht aber sehr wohl. Und ich hole noch ein bisschen weiter aus. Die Probleme und Achtung, hör bitte genau zu, hör möglicherweise mehrfach rein und ich freue mich insbesondere auch über deine Kommentare, über deine Fragen hierzu, ja, auf YouTube. Oder trag dich auf gehirngold.de ein, da kannst du auch mit mir in Kontakt treten.